So, dann gucken wir doch mal, was da jetzt noch drin ist. Tische. Oh, die armen Zwerge. Anscheinend gibt es auch Zwerge hier in dem Spiel. Also hier in der Spielwelt. Da geht es runter. Was ist mit der Tür? Und da waren wir noch nicht. Nur mehr Notizbretter. Thumbcocks kriegen keinen doppelten Sold. Haben die vielleicht zwei Köpfe? Kenn ich irgendwie von meiner Arbeit? Wow, zwei Silbermünzen. Na gut. Und hier rechts an der Wand lang waren wir auch noch nicht. Irgendwas drin. Nö. Keine Knöpfe. Nö. Bleibt nur noch der Raumbild, das ich richtig gesehen habe. Da ist nix. Scheint wohl so eine Art Schleuse zu sein. Denn hier konnte ich nicht aufmachen, bevor das nicht zu war. Ah, Thronen sind doch immer schön. Ah, das wird wahrscheinlich für die Tür gewesen sein, die wir einfach geknackt haben. Streitkolbenspringer. Der ist ziemlich mies. Der wird gleich verkauft. Also gleich in Anführungszeichen. Wobei, wie sieht unser Inventar aus? Das ist schon wieder ziemlich zu gemülden. Ich denke, wir sollten mal nach oben gehen. Und alle Sachen, die wir verkaufen wollen, würden, wenn wir denn die Zeit hätten, packen wir einfach hier auf dem Boden. Und auf dem Weg nach draußen sammeln wir die einfach alle wieder ein. Und verkaufen sie dann im Sumpf. So, das kann weg. Armbrust kann weg. Die Smaraglinge behalten wir mal, weil die sieht irgendwie magisch aus. Der Streitkolben kann weg. Das war es auch schon wieder. Wirklich viel war es ja nicht, was wir aussortieren konnten. Ebenholzstab ist keine Waffe. Wofür brauchen wir den dann? Hm. Ein abgenutzter Schlüssel war wahrscheinlich für die eine Kiste im Wald, die wir aufgemacht haben, wo nichts drin war. Aber das können wir auch nicht mit Sicherheit sagen. Also nehmen wir die einfach mal mit. Wir können auch ein bisschen Öl hier oben lassen. Falls es unten wirklich dunkel werden sollte, können wir immer noch hochgehen und Neues holen. Wir haben so ja auch schon drei, vier Flaschen dabei. Das müsste reichen. So wie geht es mit Heilsache aus. Wir haben jede Menge Heiltränke. Das heißt, wir können auch eins, zwei, drei Heiltränke hier lassen. So. Jetzt sind wir gut vorbereitet, um da runter zu gehen. Tonk. Die Tür sollte man natürlich vorher aufmachen. Und hier brauchen wir jetzt unser Lampenöl auch. Schön, schön. Gucken wir mal, ob hier der Schlüssel passt. Hey. Was bist du denn für einer? Du machst komische Geräusche. Aber die kichern so komisch. Und wir sollten uns nicht allzu... Oh, genau. Wir sollten uns nicht allzu sehr vom Eingang entfernen. Nur so für den Fall, dass wir eingekesselt werden. So wie jetzt. Komm. Stipp. Wir wollen zurück zum Eingang. Und das Licht geht aus. So, Eingang. Wo bist du? Da bist du. Kurz hoch. Kann ich hier die Tür zumachen? Nee, nicht während wir drinstehen. Und da kommt schnell erst das Fliegeding an. Aber wir können rüber huschen. Und hier die Tür zumachen. Dann hoffe ich einfach mal, dass hier drin nichts spawnen kann. Und selbst wenn hier auf der Etage sind, die geht ja noch einigermaßen machbar. So. Ankommen. Und wieder rüber huschen. Und da runter. So. Hier war dieses zweite Springe-Ding. Und die machen wir auch schön mit Waffen nieder. Denn wir brauchen Kämpfer und Gauner Level. Brauchen wir da, oder? Er könnte eigentlich mal wieder Magier-Level trainieren. Ich meine, er ist ja eigentlich Magier. Aber ich habe eigentlich ganz gerne die Magie oder die Mana in Reserve. für Heilung oder schnell viel Schaden machen. Oh, oh. Schalter-Rätsel. Ähm. Ähm. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Loch. Gleich noch ein Loch. Und noch ein Loch. Und wir sind jetzt ganz tief in der Mine. Vielleicht sollte ich nicht immer alles drücken, was ich sehe. So. Das wird wohl ein Teleporter sein. Ein Schlüsselloch. Und gleich daneben ein Schlüssel. Ähm. Na gut. Was bist du denn für ein... Oh. Fleisch von einem Wesen, das niemals lebte. Das da sieht aus wie ein Steingolam oder irgendwas derartiges. Wir machen dem irgendwie keinen Schaden. Probieren wir mal die magische Klinge aus. Wir müssen jetzt nur noch treffen. Oder treffen wir schon und man merkt das gar nicht. Ist echt schwer zu unterscheiden. So eine Miss- oder Daneben-Nachricht wäre ganz schick. Ah, man kann nicht alles haben. Nö. Das Schwert funktioniert auch nicht. Ähm. Ähm. Dann halt Magie. Nö. Das funktioniert schon mal nicht. Einfrieren hat funktioniert. Aber jetzt ist er ganz weg. Das wollte ich eigentlich nicht. Äh. Hoffentlich kommen wir trotzdem an noch so ein Biest ran. Weil es wäre übel, wenn wir jetzt gerade unsere einzige Möglichkeit, dieses Fleisch-Rätsel zu lösen, zerstört haben. Was haben wir denn hier? Äh, Nester. Nester sind nicht gut. Zurück zum Teleporter. Ähm, 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 ähm. Wo ist der Teleporter? Da ist der Teleporter. Und da erstmal schön schlafen. Okay, wir sind jetzt im zweiten Untergeschoss. Glaube ich zumindest. Sieht man das auf der Karte. Bergwerk Level 3. Bergwerk Level 2. Bergwerk Level 1. Minengesellschaft. Also im dritten Untergeschoss. Oh, weia. Na gut, versuchen wir erstmal wieder hochzukommen. Ohne den Teleporter zu benutzen. Der Teleporter ist ja immer so eine Sache, wo man da rauskommt. Das weiß man nicht. Hier weiß ich wenigstens, wo ich hingehe und wo ich herkam. Und ich höre so ein komisches Schnauben. Jede Menge Sackgassen. Oh, da war eine unsichtbare Wand. Zack, 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 zack. Hier und dann irgendwo auf der rechten Seite. Da. Oh, noch so ein Vieh. Gut, gut. Ähm. Machen wir jetzt mal nicht so hoch einfrieren. Kriegst du dadurch Schaden? Ja, kriegst du. Ähm. Es gab gerade den Sound von einem Level ab. Aber es gab keine Nachricht von einem Level ab. Das ist auch irritierend. Gucken wir gleich mal nach. Ah, ja, Erdenmage Level bekommen. Hm. Komisch, dass es keine Nachricht gab. Ah, aber na gut. Also hier haben wir eine viereckige Vertiefung und jede Menge Schalter. Das ignorieren wir auch erstmal. Die ganzen Schalterrätsel können wir später machen. So, oh, das passt doch. Oh, das passt doch. Das wird gleich da reingestopft. Eine leere Flasche und leer. Ja. So, du kommst da rein. Ja. Eine Lore setzen und eine Lohre setzen und eine Fahrt machen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ähm, 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 nee, komm, wir sollten erstmal das hier zu Ende erforschen. Wenn wir schon aus Versehen zwei Etagen tief fallen, dann sollten wir uns da auch wenigstens zu Ende umgucken, bevor wir weiter runter gehen. Denn ich nehme an, die Lore wird uns noch weiter runter tragen ins Bergwerk. Denn die muss hier irgendwie abwärts fahren, hm? So, war da ein Knopf? Nee. Bin ich hier überhaupt im Gebiet, das wir aufdecken wollen? Ja, ist doch schon mal gut. Hier waren die Nester. Und eine Mitteilung. Piscata Roja 445. Hmm, das wird bestimmt bei einem der Schalter-Rätsel helfen. 4, 4, 5. Was auch immer das sagen soll. Na gut, äh, wir können jetzt also entweder in den Teleporter oder wir können da hin. Njam, 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 njam. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Teleporter. Denn ich denke, er wird wieder nach ganz oben führen. Und er hat uns sogar nach ganz, ganz, ganz oben geführt. Nämlich zum Eingang der Minengesellschaft. Komm, Stifte. So, wir wollten ein bisschen Magier-Label trainieren auch nebenbei. Das heißt zwar auch, dass wir öfter schlafen müssen, aber was soll's. Wir brauchen ja keine Nahrung oder dergleichen. Und kommt hier alle auf einmal her. So, hier geht's runter. Hier konnten wir in Ruhe schlafen. So, jetzt gehen wir nochmal da die Treppe runter und springen diesmal nicht in zwei Gruben hintereinander. Okay, das war das eine Mal nicht wirklich beabsichtigt. Weil ich habe einfach die Grube auf dem Boden nicht gesehen. Und das zweite Mal sind wir heruntergefallen, weil ich einen Knopf gedrückt habe und dadurch unter uns eine Grube aufgegangen ist. Was auch nicht die feine Englische ist. Gucken wir mal ganz vorsichtig hier lang. Hier war das nämlich irgendwo. Da ist die Grube. Da war die Grube. Und da ist ein komischer kleiner Mann. Ein toter kleiner Mann. Keine Fallgrube. Hä? Ist hier irgendwo ein Knopf gewesen? Wir waren hier in der Ecke und dann bin ich einen Schritt vor und dann bin ich runtergeputzelt. Ah, da hast du einen Knopf. Hier, den hatte ich gedrückt, glaube ich. Na gut, drücken wir jetzt mal den da. Und den da. Das ist ein komisches. Oh. Ah, der Teleporter war vorher nicht da. Richtig? Richtig. Wusch. Und wir sind... ...wieder am Eingang. Ha. Okay. Also vielleicht werden so auf jeder Ebene Teleporter freigeschaltet, durch die man ganz schnell wieder nach oben kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das Kichern werden wohl diese kleinen Männer sein, die wir gerade umgebracht haben. Also eine an diese kleinen Männer. Und die vergiften auch noch. Garstige Biester. So. Überall Sackgassen. Wenigstens halten die nicht so viele aus. Was haben wir hier? Oren. Es ist wahr, ich sage dir. Die Räume sind alive. Ich bin weg. Es ist ein kurses Ort. Jeff. Ja, die Felden sind lebendig. Und das Rätsel sagt auch Fleisch von etwas... Gucken wir kurz nach. Blut aus einem Stein. Blut aus einem Stein. Wir haben Steinmonster umgebracht und da war auch Blut auf dem Boden. Aber das konnten wir nicht aufheben, oder? Ne, das war nicht hier. Das nächste Mal, wenn wir so ein Steinmonster umbringen, benutzen wir einfach mal eine Flasche mit dem Fleckchen auf dem Boden. So. Hier geht es nirgendwo normal runter. Heißt, der einzige Weg nach unten führt durch eine Fallgrube? Das glaube ich doch irgendwie nicht. Na gut, aber es ist ja nicht allzu schwer. Dann stellen wir uns einfach hier hin. Drücken wieder Wüst an den Scheitern hier rum. Tadaa, Fallgrube. Hei, drei, zack. Wow, wo kommst du denn her? Nein! Die Rüstung ist kaputt. Also diese Viecher müssen wir ganz schnell umbringen. Jetzt haben wir keine Rüstung für Bacata, richtig? Ähm, 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 ähm. Ich will den Teleporter wieder haben. Gib mir den Teleporter. Was soll's? Ich laufe einfach ganz kurz nach oben. Ähm, um dann zu gucken, ob ich oben vielleicht bei den Sachen, die verkaufen wollten, eine Rüstung dabei hatte. Denn so ohne Rüstung rumzulaufen ist doch ein wenig, ähm, schmerzhaft. So. Ne, nur Helme, Waffen, Heiltränke und Öl. Mist. Also sobald wir die kleinen Viecher jetzt hierhin sofort umbringen. Oder wir laufen einfach eine Weile ohne Rüstung rum. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es macht schon sehr viel Schutz aus. Na gut, speichern wir es mal ab. Lp 016. Unter der nächsten Folge verlieren wir hoffentlich nicht noch eine Rüstung. Also bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017